Und da hinten stürmen die Hexen statt der erste Balkon. Schaut euch das an, die langen Alten sind einfach beweglich. Die ganze Nacht im Schloss verbracht und jetzt hier und immer noch dann raufklettern können. Das muss ich erstmal nahe bringen. Schön, dass ihr da seid. Heute in Tettnagen, herzlich willkommen. Dreifache sowieso. Allweil noch. Sowieso. Allweil noch. Sowieso. Allweil noch. Das sind mal viele in langen Alten. Das kann man doch gar nicht glauben, dass langen Alten so viele in Narre hat. Ein Wahnsinn. Schaut euch das an. Schön, dass ihr da seid. Heute am Fasens-Dienstag dreifaches sowieso. Allweil noch. Sowieso. Allweil noch. Sowieso. Allweil noch. Da geht was in langen Alten. Waren ihr die ganze Nacht im Schloss oder wie? Ein bisschen müde, seht ihr vielleicht aus. Ihr hättet ein wenig früher Heimgeier kennen, wer heute ein bisschen finden, aber so schlecht ist es geil. Ein dreifaches sowieso. Allweil noch. Sowieso. Allweil noch. Sowieso. Allweil noch. Allweil noch. Allweil noch. Allweil noch. Allweil noch. Allweil noch. Jetzt ist sogar der Hexenwagen, der raucht und stinkt. Da muss man einsitzen. Nochmal ein dreifaches sowieso. Allweil noch. Sowieso. Allweil noch. Sowieso. Allweil noch. Liebe Langenhagen, immer schön, dass ihr da seid. An dem wunderschönen Fasensdienstag. Wenn wir jetzt ein bisschen bei euch sind.